Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6776 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In letzter Zeit muss ich immer mehr Geld für Benzin ausgeben. Wann hört der Preisanstieg endlich auf? In letzter Zeit muss ich immer mehr Geld für Benzin ausgeben. Wann hört der Preisanstieg endlich auf? Passen diese Schuhe zu meiner Hose oder sollte ich dazu lieber andere Schuhe tragen? Passen diese Schuhe zu meiner Hose oder sollte ich dazu lieber andere Schuhe tragen? Ich habe zu viel gearbeitet. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe zu viel gearbeitet. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich zeige dir genau, was ich meine. Kannst du es auf dem Display erkennen? Das Gehnen des müden Mitarbeiters war so ansteckend, dass bald jeder im Raum gehnte. Das Gehnen des müden Mitarbeiters war so ansteckend, dass bald jeder im Raum gehnte. Das Gehnen des müden Mitarbeiters war so ansteckend, dass bald jeder im Raum gehnte. Das sollten wir unbedingt kaufen. Es wird unser Leben bereichern. Das sollten wir unbedingt kaufen. Es wird unser Leben bereichern. Ich habe mehr abgenommen, als ich ursprünglich wollte. Ich habe mehr abgenommen, als ich ursprünglich wollte. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe mehr abgenommen, als ich ursprünglich wollte. Ich habe mehr abgenommen, als ich ursprünglich wollte. Ich habe mehr abgenommen, als ich ursprünglich wollte. Ich habe mehr abgenommen, als ich ursprünglich wollte.